Willkommen zurück bei Wolong zum Nebenschlaffeld, wenn Kunpeng am Himmel fliegt. Ich denke, das ist entweder ein Gauntlet oder ein Duell. Einfach weil es halt nur eine, die Hauptflagge gibt. Also es gibt nicht wirklich ein Level in dem Sinne. Diese Missionen können entweder sehr schnell gehen oder wenn sie schwieriger sind, dann könnte mir hier eine Zeit sein. Okay, das ist ein Duell. Level Up geht sich nicht aus. Ah, der ist schon wieder. Okay, für den werde ich, äh, ich habe den Moralraum noch auf 15, das ist natürlich schlecht. Warum müssen wir den jetzt noch schon wieder bekämpfen? Ich habe sein Moveset schon wieder vergessen. Also, zuallererst mal innere Disziplin. Machen wir das hoch. Dann. Ähm. Was wollte ich? Genau, Zauber. Feuer ist für den Arsch. Nimm. Nimm mal Blitz. Erde und Blitz. So, wir sind auf 20. Okay, ich habe natürlich nicht den leistesten Schema mehr, äh, was da kann. Wir konnten den nicht stärkern, momentan. Wenn er seine blöde Bestie drauf hat. Ich habe nicht, wer zer. Oh, ich habe leider nicht den Weg zu machen. . Oh. 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 Ich krieg den Debuff nicht angewendet. Oh Gott, warum wird dieser Bossfeind wiederholt? Mach! Mann! Das gibt's doch nicht. Wenigstens kann man ihn jetzt staggern momentan. Nicht schon wieder, dieser blöde Pfeil. Er war fast unten. Scheißpenner, ey. Ah, meine Heilung. Okay, ich kenn das Moveset überhaupt nicht mehr. Keine Ahnung, ich denk das könnte eine Weile dauern. Okay. Naja, müssen wir wohl den Fight wieder lernen. Hilft nichts. Element ist schon mal drauf. Ich hasse diese Dreiersalve. Okay, das war nur in einer. Okay, das war nur in einer. Eigentlich ist das schon ein geiler, also ein geiler Boss. Was? Diesmal hat er sein Schutzgeist nicht beschwört. Jetzt hat er es. Ach, jetzt kommt eine Fünfersalve. Normalerweise macht er eine Dreier. Boa! Glitch schmeckt ihm auch ganz gut Ah Ah Die Heilung Ich krieg das wieder nicht hin Das wird dauern Ach Leute Jetzt sind wir an der Nebenmission Ja Ist also ne Müssen wir mal gucken Wie ich das dann zusammenschneide Den ersten verkackt Okay Äh Die Projektile sind Am Tracking Das Ding kann man so nicht ausweichen Also man ist vielleicht nah genug dran Ich krieg hier nichts pariert Okay Diesmal hat's geklappt Ja wenn man nah dran ist geht's Nein hätte ich haben müssen Fangen wir mal mit dem Blitz an Das ist doch gar kein schlechter Start Geht das noch nur einer Nimm das Jetzt kann man ihn wieder stauen Und ich hab's irgendwie geschafft Wieder die scheiß Waffe zu wechseln Moment mal Ich kann ihn stun eigentlich Ach man Der Waffenextel hat mich komplett aus dem Konzept gebracht Ich weiß nicht wie das passiert Das ist Ich hab das nicht absichtlich gemacht Ich glaub Blitz ist Verlangsamen Natürlich eine Fünfer Oh das war zu schnell Ah ne ich kann ihn nicht stunnen jetzt Nicht rechtzeitig gewesen Ich glaub Blitz am Anfang ist besser als Erde Keine Ahnung warum Hab ich gar nichts hinbekommen Aber macht nichts Er kann gestaunt werden jetzt Da haben wir Erde wieder drauf Ah Zwingt er mich zum Rückzug Die Sau Elende Nervensäge Ich bin bis aber Schluss Ach direkt wieder ein Buff Das ist ein scheiß Fünfer Was war das denn Kriege ich nicht platt Wir hatten das schon mal gemacht Ich kannte das ganze Moveset Und jetzt muss ich das Drei Folgen Ne Sieben Folgen später Nochmal Noch von neuem üben Das ist ein scheiß Fünfer Nimm das Wenn man die schon mal stunnen kann Musst man es ausnutzen Erre Erre ok warum geht es nicht ich verstehe es nicht man drückt es geht einfach nicht es ist ich weiß es nicht das liegt nicht im spiel ich es mir vollkommen bewusst dass ich irgendeinen scheiß mache aber ich verstehe es nicht und das ist das frustrierende wenn ich verstehe was ich falsch mache dann kann ich beim nächsten mal richtig machen aber da ich das nicht tue geht das nicht ja 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 da ging es komischerweise ja 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 weit so gut ja ja steinig scheint seinen scheiß schutzgeist hat Er hat null Downtime. Er kann ihn sofort wieder beschwören. Was ein bisschen Schiss erstarb. Ja, kommt, töte mich. Ähm... Ich will jetzt nicht für diesen Rematch mehr als eine Episode verwenden. Deswegen denke ich mal... Hm... Ich weiß noch nicht genau, wie wir es machen. Nehmt auch ein bisschen wenig Charme auf den Geschmack. Kein Auf hier rum zu hoppeln, ne. Was soll das denn? Jetzt ist mein ganzer Buff weg. Hallo. Hallo. Was ist das? Oh, das ist ein Fisch. Oh, das ist ein Fisch. Ah, das ist gut. Das ist lächerlich, dass ich den nicht ausgewichten kriege. Das ist so schlecht. Au. Ich hab echt einen guten Start. Jetzt fällt alles auseinander. Ja. Ich hab parierend gedrückt, aber es ist nichts passiert. Ich versteh's nicht. Ich versteh nicht, was ich falsch mache. Dann gibt's wohl mehr als eine Episode mit dem. Wir probieren uns in der nächsten Episode einfach eine andere Mission. Und dann... Keine Ahnung. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass die anderen noch schwieriger werden. Und dann werden... Okay, das ist nur ein Dreier. Wir machen jetzt noch ein paar Trace. Und dann... Ich muss mir das überlegen, wie wir das am besten machen. Ich glaube, das ist immer nur einer, den wir nach dem auch... Da kriegst du wieder Blitz drauf, hoffentlich. Okay, das war gut. Problems hält mir viel zu viel aus. Ich weiß gar nicht, was Erde bringt. Blitz ist, glaube ich, Verlangsamung. Aber Erde weiß ich nicht. Aber Erde weiß ich nicht. Ich habe eine Heilung. Ich kann die nicht sehr gerne Muss man auch erstmal den Überblick behalten Was? Gott, ey Okay, haben wir dich nochmal Jetzt bufft er sich direkt wieder, ey Vorbei mit dem Unterbrechen Okay, das geht auch Und schon wieder scheiß Wall Unfall combo Zwei Heilung. Reicht es? Okay. Elendisch passt. Na also. Okay. Gut. Ja, ja. Schnauze. Die wurde nach deiner Wanderschutze gewährt. Okay. Wenigstens etwas. Gut. Eine. Wir haben nach wie vor. Wir sind auf einer. Eine Folge Promission. Das passt. Beim nächsten Mal geht es weiter mit die himmlische. Was auch immer. Crash legt. Zurück. Oder zu. Bis dann. Macht's gut. Auf geht's. Und aus geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's.